Hallöchen Jungs und Mädels, äh, meine Damen und Herren und willkommen zurück zu einer Runde Battlefield Hardline Beta. Mikro weiter weg, so. Wir spielen eine Runde, äh, Überfall, auf der Map Banküberfall. Yo. Kein Hardcore, sondern normal. Ich hasse Hardcore. Normales Juden. Ich bin, glaube ich, genau, ich bin ein Verbrecher und müssen jetzt den Tresor knacken. Oh, ne, tue ich klingel. Fuck, fuck. Ah, haha, nein. Direkt schon verkackt. Aber das ist cool, wie die's machen. Voll übel realistisch da rechts unten so. Eins, null. So. Oh. Guck, die Fick hören wir jetzt. Oh, fuck. Okay, ich glaube, auf der Map wäre es sogar wirklich geschickter, wenn man so einen Shotgun-Typi spielt. Den Enforcer mit seiner Magnum. Piep. So. Das ist das erste Mal, dass ich Shotgun spiele, übrigens. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Da sind wir, leh. Nice. Oh, fuck. Nein, ich hab... Oh, ich hab kein Medipack. Scheiße. Scheiße. Nice. Das ist doch voll cool. So, bereite ich jetzt mal so einen Einbruch vor. Wir hoffen, dass niemand sieht. Jawoll. Das soll nämlich so ein bisschen ans M-Com scharf machen. Oh je. Okay, der ist in unserem Team. Sehr gut. Ich bin übrigens immer noch alleine, weil von meinen ganzen Banausen-Kameraden immer noch niemand, wenn ich da sein Spiel mag. Aber das kriegen wir auch alleine hin, denke ich mal, oder? Und dann ficken wir die hier voll weg. Ich will doch lieber da rüber. Hier liegt doch schon Geld. Weißt du, warum die das hier nicht mitnehmen? Hier liegt es doch schon. Aber dat wär ja zu einfach. Also rein da. Nein, verdammt. Zwei richtig nice weggeholtzen und der dritte voll verkackt. Schade. Aber gut. Oh, weißt du, ich muss wieder ganz oben. Ich hab mich schön bis ganz vorne vorgeorbetet. Und dann muss ich wieder von vorne anfangen. Naja, wie auch immer. Rennen wir mal da hin. Hallo. Genau, jetzt ab in den Tresor und das Paket klauen. Und dann beschützt den Kurier. What the fuck shit. Ach, fuck. Gibt's in dem Spiel jetzt nur ein Paket, oder? Wie seh ich statt jetzt hier? Ey, realien wir mich doch auch. Solche Wichser, ey, weiß. Komm. Na, wenigstens kann ich wieder diesmal direkt hier unten joinen. Kommt, Jungs. Kommt, Jungs. Oh, fuck. Oh, oh. Oh. Oh, fuck. Nein. Scheiße. Zu spät gegangen. Aber läuft nur schon, Jungs. Das ist gut. Läuft ja echt voll gut. Ich hab die letzten paar Runden, wo ich hier gezockt hab. Also heute Mittag hab ich richtig verkackt. Aber die Runde hier scheint mir doch schon ganz ordentlich zu laufen. Jetzt muss ich nur aufpassen. Ah, scheiße. Aber ich hab ihn doch hier sehen. Manu. Jawoll. Ha, 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 ha. Paulo, du, 29.000. Direkt so'n schönen Win-Fail. So, äh, ja, da muss ich wohl bei dem joinen. Die Shotgun im Spiel scheint mir so'n bisschen OP eigentlich. Wobei ich weiß nicht, vielleicht ist er direkt standardmäßig schon Flak, äh, nicht Flak, ähm, Slak-Money drauf. Und jetzt geh ich nochmal da runter in den Tresor. Versuch nochmal was zu reißen. Oh, oh. Oh, fuck. Fuck. Ha, 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 ha. Da bist du einfach alleine, stehst du da unten mit deinem Kollegen und auf einmal kommst von überall Seiten so bull, so voll doof. Eins, komm. Gleich war ein Leben, jawoll. Und du kommst rein und bist instant wieder von der Granate tot. Das ist wirklich noch ein Granatenscheißdreck. Im wahrsten Sinne des Wortes. Naja. Jetzt nehme ich wieder den Operator. Weil ich habe so das Gefühl, dass es jetzt so'n bisschen mehr auf Distanz geht. Gerade eben war er schon voll so Nahkampf. Gedöns. Größe. Dann probiere ich jetzt mal ein bisschen auf Fernkampf, äh, zu bleiben. Dann muss ich noch ein Ohrläppchen kratzen. Ach, so. Ben. Muss ich vorsichtig mal da lang gehen? Oh, oh. Nice. Dann gehe ich jetzt mal hier hoch. Okay, hier ist nichts. Nichts. Boah, krasser Scheiße. So, dann hier oben vielleicht? Nope. Wenn wir da einfach mal so auf gut Glück eine Granate hin. So. Ich hole jetzt mal kurz hier noch ein bisschen so um die Ecke. Da hinten kommt gleich einer. Oder auch nicht. Ich kenne halt, äh, die Maps noch nicht so richtig, weil, ja. Uah, fuck. Aber dat ist ja eh klar. What the fuck. Scheiße. Werde mir mich, bitte. Ah, da hätte ich ja gerade voll ab sahen können, jawohl. Warte, wo habe ich jetzt Medikett hingeschmissen? Schon wieder weg. Oh, oh. Oh, oh. Warte ab, da habe ich natürlich keinen mehr. Ja, das ist noch ein bisschen gewöhnungsbedürftig zu spielen. Aber ich finde, der Sprung von Battlefield 3 zu Battlefield 4, so Gameplay-technisch her und von der Steuerung, vom Waffenverhältnis her, war lange nicht so krass. War lange nicht so krass wie der Sprung von Battlefield 4 auf Battlefield Hardline. Ja, voll laut. Ist echt voll laut hier gerade. Aber was ich sehr zu schätzen weiß, ist, dass, äh, ja, die Radioeinschaft, cool. Nice. Was ich sehr zu schätzen weiß, ist zum Beispiel schon mal, dass hier auch performance-technische Spiel einwandfrei läuft. Habe ich ja letztes Mal schon gesagt, in einem der letzten Parts, so hier, äh, Ultra-Grafik-Entstellung in Full-HD und Anti-Lasing und schlag mich tot. Läuft hier, ja, läuft halt, ne? Muss. 70 FPS, fuck. Oh, shit. Hallo. Naja, das war halt so nicht geplant, aber... Uh, ne? Umso... Spontan sein können. Ja. Und ich habe in den letzten Aufnahmen auch gemerkt, so dass meine Stimmqualität relativ mint war. Relativ minderwertig. Und ich vermute einfach, dass es daran lag, weil ich meine Stimme direkt mit der Webcam aufgenommen habe. Und ich denke, das war ein bisschen, ein bisschen doof. Ein bisschen doof jetzt. Aber meine Stimme jetzt ist auf jeden Fall schon, ähm... Meine Stimme jetzt ist, äh, auf jeden Fall wieder mit Outer City aufgenommen. Dass ich auch keine Qualitätseinbußen habe. Oh, verreckt doch einfach, du Missgeburt. Junger Vater, ey. Jawohl, nice. Und die Runde ist auch schon rum nach sage und schreibe 10 Minuten. Aber ich würde sagen, wir bleiben einfach nochmal ein bisschen drauf, oder? Aber ich würde sagen, wir entscheiden, dass die Runde nicht so, äh, ne! Ja. 綰 Vielen Dank.